So Freunde zurück beim Manhunter. Wir probieren jetzt mal in da lang zu gehen und dann vielleicht auch mal die Waffe. Irgendwie. Irgendwie. Die Invictor schreiben halt selber, dass man eigentlich mehr auf Sniper gehen soll, aber naja, ihr seht ja selber. Kommst du da hin? Der ist hier links wahrscheinlich wieder. Das ist auf jeden Fall kein reiner Sniper-Spiel. Man hat praktisch die Möglichkeit mit Sniper auch nicht zu spielen, aber im Nahkampf macht das auch keinen Sinn. Da steht da eine, oder? Ja, nochmal nachladen. Ne, ok, das ist so eine Schranke. Das ist so eine Schranke. Es ist ja nicht meine Schuld, dass die Gegner irgendwie random irgendwo stehen, wo eigentlich keinen Sinn ergibt, wie die stehen. Dadurch nahezu unmöglich ist es so ruhig zu sein. Da steht einer, da steht auch einer. Oben auf dem Dach steht einer. Ja, das geht also mit ruhig, ja. Alles klar. Ja. 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 das soll das ruhig machen also ohne aufsehen zu erregen jetzt kommt er mir da stehe ich hier und nun bei hier benutzen hat es sich ja voll gelohnt aufs dach zu gehen da komme ich nicht lang wieso sind nicht wassergeräusche irritiert wenn man hier die das wasser und die möwen hört wieder unten das wasser aber ich gehe ja schon weg nur kleiner der nicht genug hat jetzt müssen wir hier durchs labio rund blablabla 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 alles wirklich sehr einfach gehalten blablabla 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 Ich bin da immer noch so doll wappelt, wenn man die Luft anhält. Jetzt ein bisschen hier nach vorne pushen. Was hat denn denn ne Waffe? Die sah irgendwie aus wie ein P. Und P. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich werde jetzt nicht das so von hinten kommen oder hinter uns spawnen. Nein wir sterben, wir sterben. Ach der ist ein Sniper auf dem Boot, wenn wir hier zurück gehen und noch mal kurz heilen. Das ist ein Sniper. Das ist ein Sniper. Das ist ein Sniper. Das ist ein Sniper. Ich werde schon wieder hin ey. Man guckt eine Sekunde weg und auf einmal sind die Gegner verschworen. Hokus pokus verschwinden die Bus. Das ist ein Sniper. 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 Der kommt von unten an. an mit einem schwarzen Auto hinten. Oder ein neuer Gegner, je nachdem. Jetzt sehe ich da ein Gebüsch nicht. Ui, kein Skupp. Headshot, Baby. Okay, warte, wir haben Zeit. Was ist der Status auf dem Target? Er hat das Fahrzeug verlassen und kommt auf den Motorboot. ETA 15 Minuten. Beide das. Noch mehr Sniper. Ah. Wie gesagt, jeder pisse eigentlich so eine kleine Privatarmee. Na, da oben auf dem Ding, auf dem Sido. Da ist aber nur irgendwo einer. Ich sehe den nur nicht. Da oben. Da oben. Da oben. Da oben. Dann holen wir noch den da runter. Den zum, äh, welchen Sock hat er gesagt? Wir sind wohl Dock 3, wenn ich das richtig verstanden habe. Da oben. Ne, wir müssen zum Dock 3. mit dem Ausrat. Die Waffen wechseln. Das ist auch Horror, ey. Und man klickt und klickt und klickt. Und man muss praktisch eine Umdringung machen und überhaupt die Waffe das wechseln. Da oben. 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 Du Sapk-Gesicht! Er ist tot. Ne, da liegt immer noch. Oh, Molotov. Entzückend. Gut, dann lass uns mal wieder hier Sniper nehmen. Was ist da rüber? Da wurden es dann wahrscheinlich... Ja, wie viel Zeit haben wir denn? Über. Na klar, ich hab's geahnt. Ich bin mal von der Seite, ey. Kein Ehrgeiz, die Typen normales One-on-One zu machen. Jetzt wird es auch fies, wenn die da im hohen Gras liegen. Richtig nice. Ich glaub, man selber kann sich gar nicht hinlegen. Nachmittag, wo denn die Gespräche ist? auf den Kran, dann müssen wir wahrscheinlich den Typen mit abknallen, oder eliminieren. Ich bin in der Position, habe ich einen Prozess? Ich sehe zwei Vans, die hinter dir kommen. Das ist das. Und wo? Da, die zwei. Gucken wir mal, was die Typen da vorhaben. So treffen die sich eigentlich immer noch, wenn hier gerade die Party abging. Mit 100 Toten. Soll ich jetzt schießen, oder nicht, oder? Ich schieße jetzt einfach mal, oder? Ja, die sagen halt auch nichts, ob man freie Schussbahn hat, oder? Ja, okay, habe ich jetzt geschossen und dadurch die Mission nicht geschafft, oder? Sollte ich jetzt nur noch beobachten. Ja. Ups. Also war es hier normal. Gucken, wie die Vögel rumfliegen. Und das Wasser sich nicht bewegt. Die Bewerber sind in der Leitung. Ich hoffe, dass ich die Bewerber weiß. Ich hoffe, dass ich die Bewerber weiß. Ich bin nicht auf der Lage. Die Bewerber ist sofort auf. Das, aufzuhören. Die Wind wird stärker. Es wird ein schwieriger Schuss. Wir gucken jetzt einfach in den Ohr. Einfach geschillt beobachten, was da passiert. Wenn was passiert. Die stehen ja eigentlich in unserem Raum und machen gar nichts. Das ist also Hauptquartier. Was zu tun? Ah, hier ist das Boot. Alles klar. Ich hoffe, ich habe diesmal bessere Arbeit geleistet. Den Typen, den man erledigen soll. So, dann an mir. Alle gleich schon. Na komm, geh weg da. Geh weg. Ich könnte einfach beide abknallt. Ja, die haben sich wohl einiges zu sagen da, vielleicht gibt es sogar Probleme, aber ich kann halt nicht schießen solange der Typ davor steht. Ja, passiert da noch irgendwas, oder? Die Anspannung wächst und wächst. Der Sniper muss ja wirklich anstrengend sein, solche Situationen zu erleben. So ein Finger am Abdruck. Habt ihr das jetzt bald mit eurer Liebesgeschichte da? Dann könnt ihr einfach ins Auto gehen und euch da lieb haben. Man kann halt so nicht reinzoomen mit der Waffe. Ja, wenn ich erschieße, ist die Mission wieder gefährdet, nehm ich an. Weil der hat gesagt, er kann jetzt nicht schießen und ich soll halt warten, ja. Aber es hat sich ja nichts verändert an der Situation. Du könntest natürlich einfach versuchen nochmal irgendwie. Ich hätte doch auch die andere Waffe nehmen sollen. Wenn ich selber speichern, dann muss ich erwarten. Ja ja, wir gucken. Ja. 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 Mal gucken, wie lange es dauert, diese Zwischensequenz. jetzt haben wir beinahe 27 Minuten. Oh, bist so schön, so schön. Da kann man sich nochmal ein bisschen die Texturen beworben. Wundern, diese herrlichen Texturen. Hier wäre es so einfach zu schießen. Uh, Headshot. Wir sind 28 Minuten. Mal die Zeit stoppen, wie lange diese Fenster dauert, wie lange sie sich da unterhalten. Wir sind 28 Minuten. Was gibt es denn hier sonst noch? Da ist ein Boot. Ein paar Möwen, die hier stecken geblieben sind. Zwei Sonnen, die sich zu einer zusammen schließen. Jetzt das Benny-Hill-Theme einspielen. Einspielen. Und warten. Und warten, und warten. Wir gehen ja diesmal schneller, oder? Ich move. John, du musst rauskommen. ASAP. Der Weg zurück ist mit den Feindlern. Versuch eine Motörbote, wenn es möglich ist. Aufmerksam. Wo soll ich gehen? Es geht einfach. Ich gebe dir die Instruktionen in eine Sekunde. Und er ist mit dem Motorboot runter. Und er ist zurück. Ich habe das jetzt gerne in einem Motorboot zu machen. Tschö, tschö.